Wunderschönen guten Tag liebe Freunde und willkommen zu diesem kleinen Zubehör-Testvideo. Kurze Anmerkung vorweg, normalerweise würde zu sowas wie einem Mikrofonarm eigentlich gar kein Video kommen, denn so richtig viel gibt so ein Ding nicht her für ein Video. Aber speziell die Kritik, die ich an dem Ding habe, lässt sich einfach im Video etwas besser erklären und rüberbringen und deswegen eben dieses Video. Aber bevor wir anfangen mit der Kritik, machen wir erstmal das fertig, was tatsächlich gut ist an diesem Mikrofonarm. Das ist der Trust Emitter GXT253 Mikrofonarm. Gehört zur Emitter Serie. Das Trust Emitter GXT252 habe ich euch ja schon mal in einem Video vorgestellt. Könnt ihr euch auch noch mal gerne geben. Und hier sehen wir schon mal den ersten Vorteil, das Kabel. Das ist schon direkt bei. Ihr müsst hier also nichts durchziehen. Das Kabel ist hier schön innerhalb des Rahmens langgelegt. Das sorgt natürlich für Ordnung und dafür, dass hier keine losen Kabel rumflattern oder dass ihr hier irgendwas mit Kabelstrapsen oder ähnlichem fest suchen müsst und damit eventuell dann sogar die Beweglichkeit so ein bisschen beeinflussen würdet. Das Ding hat eine Größe von 35 x 40 Millimetern, ist also dann doch eher für die etwas kleineren Schreibtische geeignet. Für die größeren könnte es da ein bisschen knapp werden. Hier haben wir die obligatorischen Federn, die das Ganze auch dann so ein bisschen in Position halten, wenn ihr an den vorhandenen Stellschrauben das Ganze nicht fest zieht. Ganz wichtig ist hier vorne, die Stellschraube, die fehlt leider bei vielen Billig-Anbietern, denn die ist dafür da, dass ihr das Teil, wo ich hier vorne das Mikro drauf kommt, auch festziehen könnt. Denn so kann das Problem entstehen, wenn ihr ein Mikro habt, das vielleicht ein kleines bisschen schwerer ist, dann fällt das andauernd alleine runter. Deswegen könnt ihr das hier vorne sehr gut festziehen. Das fehlt wie gesagt leider bei vielen, vor allem Billig-Anbietern. Ansonsten ist hier unten nur noch das Teil, womit das Ganze dann letztendlich in die Klemme gesteckt wird, die das Ganze am Schreibtisch befestigt. Qualitativ haben wir hier das, was man erwarten kann. Das ist keine Raketenwissenschaft, aber es erfüllt eben jegliche Standards, die man sich als Otto-Normalspieler so wünschen kann. Hier ist der Rest des Kabels. Das sind zwei Meter. Das reicht also auch noch mal, um das Ganze vernünftig zu verlegen. Und wenn ihr ein bisschen Platz braucht, klappt ihr das Ding einfach schön zusammen, nimmt auch nicht viel Platz weg, ist also für kleinere Schreibtische und für kleinere Tische wunderbar geeignet. Das Teil ist natürlich auch dabei. Das ist die Spinne. Da passt in der Regel jedes gängige Mikrofon rein. Ich habe hier mal als Beispiel das Trust Emitter GXT252. Passt rein. Die Klammern hier vorne zusammendrücken, das Mikrofon reinstecken und dann hält das auch. Da wackelt nichts. Und wenn ihr es wieder rausziehen wollt, zusammendrücken, rausziehen. Fertig. Hier unten für das Gewinde ist nochmal mit dabei ein Adapter. Falls ihr das Ganze an anderen Mikrofonarmen oder vielleicht auch an einem Mikrofonständer verwenden wollt, wo das Gewinde eben ein anderes ist, einfach den Adapter unten reinschrauben und dann passt das auch an jeden anderen gängigen Mikrofonarm oder Mikrofonständer. Die Spinne ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Erfüllt ihren Zweck so wie sie soll. Alles gut. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Ich habe ein bisschen was zu kritisieren an diesem Mikrofonarm. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich mit meiner Kritik relativ offen und deutlich bin. Allein schon deswegen, weil ich verhindern will, dass irgendwas durch irgendwelche schönen, tollen Formulierungen einfach schön geredet wird. Und deswegen kommen wir jetzt zu diesem Teil. Das ist die Klemme, mit der der Mikrofonarm am Schreibtisch befestigt wird. Und das Ding, so wie ihr es hier seht, muss ich mal eben so sagen, würde ich erwarten von einem absoluten Billiganbieter, der seine Mikrofonarme für 10 Euro verschleudert. Anders kann ich es leider nicht sagen. Von einem Mikrofonarm wie diesen, der normalerweise so 35 bis 40 Euro kostet, je nach Angebotslage, erwarte ich hier einfach mehr. Aber wir fangen mal am Anfang an. Hier oben seht ihr diesen Gummi. Der ist dafür da, dass euer Schreibtisch von oben geschützt ist, damit die Platte nicht unten unnötig beschädigt wird. Ihr seht, das Ding ist schon total verrutscht. Dabei habe ich das Teil einfach nur ganz normal rangeklemmt und ganz normal genutzt. Das heißt, es hält auch nicht besonders gut. Dazu kommt das hier unten. Und das ist für mich eigentlich so der Punkt, der bei fast jedem Hersteller von Mikrofonarmen bei mir völlig durchfällt. Warum wird hier nicht auch geguckt, dass von unten meine vielleicht teure Schreibtischplatte nicht beschädigt wird? Stellt euch vor, da hat jemand einen schönen, teuren Holzschreibtisch, ein Erbstück zum Beispiel oder ein Glasschreibtisch. Die Kratzer, die das Ding hier verursachen kann, kriegt ihr nie wieder raus. Jetzt kann man zwar auch sagen, na und? Klemmst du halt was drunter? Ja, das würde das Problem ein Stück weit lösen. Aber ihr müsst berücksichtigen, das hier ist kein Praxistipp-Video, sondern eine Review. Und in dieser Review bewerte ich das Ding so, wie man es gekauft bekommt. Und so, wie es zur normalen Verwendung gedacht ist. Und da wird eben nirgendwo erwähnt und da ist auch nirgendwo was gesagt, dass man hier möglichst was drunter klemmen soll. Das heißt, es wird so ein bisschen darauf geguckt, dass das Ding so verwendet wird, wie es geliefert wird. Und wenn ich so verwende, dann besteht eine realistische Chance, dass mein Zeug kaputt geht. Und egal, wie hoch der Schaden dann ist, ob klein oder groß, das spielt keine Rolle. Es geht ums Prinzip. Dann ist das Ding hier eigentlich durchgefallen. Und zwar komplett. Ich erwarte einfach weitaus mehr von einem Mikrofonarm in diesem Preissegment. Aber das ist nur das eine Problem. Wir haben noch ein zweites. Wir gucken mal von hier unten rein. Hier seht ihr die Materialstärke. Ist relativ dünn. Hier oben steckt der Mikrofonarm drin. Und hier habt ihr die Schraube, mit der ihr den Mikrofonarm so ein bisschen fixieren könnt, damit er sich nicht selber dreht. Hier ist das Gewinde, wo das Ding reinkommt. Und jetzt schraubt ihr das Ding rein. Und wenn kein Mikrofonarm drin steckt, kriegt ihr das Ding natürlich weiter reingeschraubt. Keine Frage. Sobald hier aber einer drin steckt, kriegt ihr diese Schraube maximal eine Umdrehung gedreht. So, dann habt ihr nämlich folgendes Problem. Wenn ihr den Mikrofonarm beiseite drehen wollt und die Schraube lösen wollt, dreht ihr einmal an der Schraube und habt das Ding in der Hand oder es fällt runter. Ich kann euch versprechen, dass ihr einige Male unter den Schreibtisch kriechen dürft, um diese Schraube zu suchen. Und im ganz schlimmen Fall rollt euch das Ding irgendwie unter die Couch und dann dürft ihr unter die Couch kriechen oder der Staubsauger frisst das Ding. Oder ihr habt vielleicht sogar einen Hund, der denkt, ihr habt ihm Leckerli hirn geschmissen und dann frisst der Hund das Ding. Und deswegen denke ich einfach, mit so einer Materialstärke kannst du da nicht rangehen. Da muss mindestens die doppelte Stärke, damit du das hier vernünftig nutzen kannst. Oder zweite Lösung, das Gewinde wird nach außen gestellt, wie bei einer Anschweißmutter zum Beispiel. Dann wäre hier so ein Kragen. Ich blende euch hier mal eine Anschweißmutter ein, dann wisst ihr, was ich meine. Dadurch würde das Gewinde automatisch tiefer werden und dadurch hättet ihr automatisch den nötigen Komfort. Dazu kommt eben dieses Ding hier. Das fällt im Grunde einfach raus. Das war hier mit irgendwelchen Plastikkleber hier drinne festgeklebt und das war's. Das ist eben dieses Innenteil, wovon hier die Schraube gegendrückt. Also auch alles Billigkram. Dazu kommt hier drei einfache Schweißpunkte, die das Ganze halbwegs zusammenhalten. Wer weiß, wie lange das hält. Also wie gesagt, das Ding hier ist im Grunde das Billigste vom Billigen, das ich so vielleicht gerade mal von einem Billiganbieter erwarten würde, aber nicht von einem Anbieter wie Trust und nicht in diesem Preissegment. Liebe Freunde bei Trust, ihr wisst, ich habe euch echt gerne, aber das Ding hier ist völliger Murks. Und bevor jetzt einer kommt, dass ich vielleicht ein kleines bisschen zu streng bin, ich wäre genauso streng, wenn das Ding nur 10 Euro kosten würde und ich wäre genauso streng, wenn das Ding 140 Euro kosten würde. Es ist also völlig egal, wie teuer der Mikrofonarm ist. Solange die Anbieter so einen Scheiß fabrizieren, werde ich das kritisieren. Und zwar so deutlich, wie ich kann. Denn das hier ist eine von den Kleinigkeiten, bei der ich einfach der Meinung bin, damit kann man sich deutlich von der Konkurrenz abheben und damit kannst du wirklich Qualität beweisen. Und das ist hier einfach nicht passiert. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht. Deswegen kritisiere ich das hier auch so deutlich. Ich hoffe, ihr nehmt mir das bei Trust nicht zu übel, sondern nehmt es vielleicht so ein bisschen als Vorschlag oder als Anreiz für eine Verbesserung. Kann ich persönlich nur hoffen, denn eigentlich verstehen wir uns ja ganz gut. Aber damit soll es das hier mit diesem Video gewesen sein. Ihr findet natürlich unten in der Beschreibung noch den Artikel verlinkt. Da steht auch nochmal ein kleines bisschen was dazu. Ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und nöte Nacht. Wir sehen uns hoffentlich demnächst mal wieder. Bis dann, ich verabscheue mich. Bis dann.